moin und herzlich willkommen wenn du dich für das thema blitzhypnose interessiert wenn du gerne wissen wollen möchtest oder wissen möchtest wie das funktioniert warum das funktioniert und wenn du es auf sie schnelle lernen möchtest dann bleibt jetzt einfach dran denn ich und zwei überraschungsgäste werden dir gleich erklären wie blitzhypnose funktioniert also viel spaß beim video moin und herzlich willkommen hier vom berühmten las vegas zeichen wir sind in las vegas hier läuft gerade die weltgrößte hypnosekonferenz der größte knose kongress hypnothourts live bei mir sind und so der ein oder andere kennt sie vielleicht schon und wenn wir in las vegas sind sprechen wir vielleicht auch schon und ein thema was viele interessiert nämlich das thema blitzhypnose dafür habe ich mir nicole als expertin dazu geholt und nicole wird uns gleich mal zwei drei dinge erklären wir werden dir zwei drei sachen zeigen so dass du am ende des videos wenn du möchtest gleich mit der blitzhypnose starten kannst also wenn dir das video gefällt dann lass uns daumen nach oben da abonniere den kanal damit du kein video mehr verpasst und du kannst auch die glocke drücken weil dann wirst du immer darüber informiert viel spaß beim anschauen sehr schön nicole ich finde du solltest ruhig ein bisschen ins licht kommen dann sieht man die sonne kann dich hier küssen nicole was ist eigentlich blitzhypnose die blitzhypnose ist eine ganz schnelle art und weise wie man jemanden ändert weniger als eine sekunde in die blitzhypnose bringt genau und was ist der vorteil was ist das tolle an blitzhypnose dass es schnell geht und man einfach mehr zeit hat für therapie für was auch immer kann blitzhypnose jeder lernt ja okay muss ich dafür irgendwelche besonderen fähigkeiten mitbringen blitzhypnose zu können nicht okay das ist ja einfach also okay hervorragend wie funktioniert das prinzip dahinter also was muss ich wissen damit das ganze nicht auch so vor den mund setzen die blitzhypnose basiert auf dem fight fight and freeze reflex das heißt man man macht das mit der erwartung und dann in einem kleinen peak den man hat sagt man schlaf das ist eine art möglichkeit und dann geht die aufmerksamkeit runter und man geht also brauche ich eigentlich nur ein bisschen mut und selbstvertrauen und dann klappt das und daran fehlt es sehr oft ich habe ja kein selbstvertrauen und kein mut aber ich versuche jetzt mal mit nicole eine blitzinduktion zu machen und damit man ein bisschen besser sieht was ich mache fahre ich einmal die kamera kurz ein bisschen runter so dann sieht man immer alles was ich mache ich zeige euch jetzt einmal an nicole die sogenannte raketenstart induktion wundert euch also nicht wenn es gleich etwas schnell ruppig wird während ich die kamera noch ein kleines stückchen wieder hoch fahre okay nicole möchte ich dass du mal deine hand die rechte nach vorn was darf ich hypnotisieren darf dich hier 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 berühren hervorragend ich halte mal dich hier ruhig ein bisschen fest du stehst sicher wird nichts passieren alles ist gut und ich möchte dass du jetzt einfach mal die augen schließt und dass du gleich wenn ich sage jetzt dir vorstellt wir sind in cape canaveral bei der nasa und du hast den knopf der bei der rakete auf start drückt und dann möchte ich dass du gleich laut runterzählst von 10 bei 1 und bei 1 die hand nach unten bewegst und den raketenstart auslöst fang jetzt einfach an 10 einfach loslassen immer mehr treiben lassen du stehst sicher und dir kann nichts passieren und ich zähle jetzt gleich von 1 bis 3 und bei 3 öffnest du die augen bis wieder hier bis wieder hier und jetzt frisch ausgerufen voller kraft voller energie 1 2 3 augen auf hypnose vorbei das war die raketenstart in der zahl das geheimnis dahinter ist einfach du bittest denjenigen den du hypnotisieren möchtest die hand vor so wie ich es gemacht habe hand vor strecken der soll von 10 bis 11 und irgendwo während dieses countdowns haust du die hand nach unten mit dem kommando schlaf laut oder schlaf wäre in dem teil lieber ein bisschen lauter und in diesem moment wo du die die hand nach unten haust tritt dieser fluchtreflex dieser verteidigungsreflex von dem nicole gerade sprach ein das fenster öffnet sich gleich das kommando schlaf hinterher und derjenige ist in hypnose was ganz wichtig ist nicole was passiert wenn ich dann nicht weiter das wichtig ist dass man nachher gerade wirklich vertieft also wirklich wenn man auch nur tiefer tiefer sagt man kann unterzählen 10 bis 1 was auch immer egal was du machst rede weil sonst passiert ist dass die leute wieder zurückkommen das ist ganz ganz wichtig und ja mal manchmal die leute zuerst erschrecken wenn man wenn man schlaf sagt dann merkt man es funktioniert so gott da muss man wirklich einfach weiterreden 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 genau das gut jetzt kannst du uns noch eine induktion mit astrid zeigen die erklärst du uns gleich auch noch ich überlasse euch für einen kurzen moment die bühne ich möchte mal dass die beine zusammenstellt hier genau ganz locker gut ich möchte dass du einmal die augen schließt tiefen atem zunächst die augen schließt und die augen einfach zu diesem zu diesem punkt entspannt bis sie nicht mehr aufgehen wenn sie nicht mehr aufgehen dann teste sie schlaf das ist das geheimnis da was hast du machen also was ich gemacht habe zuerst ganz kurz ich habe sie gebeten die beine zusammenzustellen ja das heißt dass sie ein bisschen ein bisschen aus der balance ist dann habe ich sie natürlich dass sie keine nackenprobleme hat und so sonst darf man das nicht machen weil es dann habe ich hier die hand genommen habe ich hier die hand gesetzt habe sie gebeten tiefen atemzug zu nehmen die augen zu schließen und sie zum punkt zu entspannen bis sie einfach nicht mehr aufgehen der anfang der dsl mit induktion und dann einfach einen kurzen zwick geben ja das ist ganz einfach genau also nicht nicht so sondern wirklich einfach so genau hervorragend die lassen wir jetzt einfach vorbei fahren weil sonst wird es gleich unangenehm wenn du mit hypnose lernen wird im video link oder in der video beschreibung findest du einen link zu einem online kurs mit nicole wo sie das alles ausführlich erklärt so dass du hinterher das ganze leicht und einfach anwenden kannst wir hoffen die hat das video so gut gefallen wie uns das produzieren auch wenn wir dafür mitten in der nacht aufstehen mussten um hier wenig touristen mit zu erwischen ja es ist nur für als es dich interessiert 6 uhr 25 ortszeit und ja wenn dir das video gefallen hat lassen daumen nach oben da nicole erste danke dass ihr mit mir so früh aufgestanden seid und auch alle den ihr gerade nicht gesehen habt der hinter der kamera steht wir sehen uns beim nächsten mal wieder daumen nach oben da lassen wenn du fragen hast in die kommentare und ansonsten bis dahin tschüss 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 tschüss